Da wir als unabhängige Organisation immer mal wieder auch eher kleinere Gruppen aus Ultra-Deutschland hier vorstellen wollen, soll es an diesem Tag einmal um die Szene aus Sinsheim gehen. Dort sind die zwei Gruppen Young Boys und Kressendo Hohenlohe federführend in der Südkurve Hoffenheim und geben dort den Ton hinsichtlich sämtlicher Aktionen an. Beide Gruppierungen gründeten sich im Jahr 2007 und besitzen auch bereits eigene Jugendgruppen. Eine Freundschaft seitens der TSG Ultras besteht bereits seit einigen Jahren zur Szene des FC Homburg. Da sich über ihre Internetpräsenz lediglich die Gruppe Kressendo Hohenlohe vorstellte und wollen wir sie hier entsprechend zu Bord kommen lassen. Zitat Kressendo Hohenlohe, wir sind eine 2007 gegründete Gruppierung der TSG Hoffenheim, die ihren Ursprung wie der Name schon sagt in der Region Hohenlohe fand. Kressendo steht für einen Begriff aus der Musik, frei übersetzt für immer lauter werdend und passt somit perfekt zum Werdegang unserer Gruppe. Wir verstehen uns als Ultras im klassischen Sinne und folgen in Sachen Support dem italienischen Vorbild. Selbsterklärend, dass wir die akustische und optische Unterstützung in unserer Gruppenphilosophie damit auch an oberste Stelle gesetzt haben. Sicherlich sind wir uns der Tatsache bewusst, dass Ultra und die TSG Hoffenheim nicht unbedingt in einem unkritischen Verhältnis zueinander stehen, jedoch haben wir uns nach vielen Jahren der Selbstfindung ganz bewusst dazu entschieden, diesen Weg einzuschlagen und somit auch in all seiner Konsequenz zu leben. Uns als CH findet man in den Regionen Hohenlohe, Baden-Krelsheim und Heidelberg. Dazu agiert unter unserem Namen seit nunmehr knapp 8 Jahren auch unsere Einstiegsgruppe Nascenti, die den interessanten Zwischenschritt zwischen einem motivierten TSG-Fan und einem selbstbewussten Ultra der Hauptgruppe darstellen soll. Wer Näheres über uns erfahren möchte verzichtet am besten direkt auf E-Mail, soziale Netzwerke und sonstigen Schnickschnack, sondern spricht uns da an wo wir uns zu Hause fühlen, im Fanblock der TSG. Kressendo Hohenlohe, arrogant, unnachgiebig, frei. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.